So...hier... Was ist das mit ihm? Der fliegt einfach weg jetzt, oder was? Und ich falle in mein Flugzeug rein, wetten? Hey, es fliegt einfach weg! Das Flugzeug fliegt weg? Ja, der ist doch keiner mehr drin, oder? Ja, tatsächlich! Ja, guck mal dafür, was passiert? Oh, es haut ab! Nice! Jetzt stürzt es ab, jetzt stürzt es ab! Bäm, Alter! Nice! Ich brauch die Bergrettung hier oben. Ah, hier ist noch ein anderer Hailey! Oh Gott! Oh nein! Hey, wer war das denn? Oh Gott, ich muss aussteigen, ich muss aussteigen! Sorry, sorry, sorry! Max! Was passiert denn hier? Aua! Oh Mann, ey, warum, Alter? Nice! Alle raus, bitte! Ich muss noch mehr retten! Oh mein Gott, Fergie, noo! Ferb, halt dich fest! Bist du ganz, wo bist du denn? Ganz unten? Ah, da! Krass! Der Bergmannsbergwacht! Oh! Entschuldigung! Der Berg hat mich nicht abgesetzt! Okay! Das geht auch! Raus, ich rumste! Okay, Max! Bist du da? Warte, warte, warte! Ich werd schon wieder beschossen! Ja, dann aber nicht von Utes! Stunter BG! Ja genau, der hat uns vorhin auch gekillt! Das war der Spinner, der dann zugekillt hat! Ja, dann... Ich start jetzt die Maschinen! Ich start jetzt die Maschinen! Okay! Zieh runter! Zieh runter! Zieh runter! Okay, 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 okay! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Feuer! Alter! Wuuu! 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 Gib noch mal Stoff in der Luft! Ich glaub, es geht nicht! Es geht erst wieder, wenn ich in der Luft bin! Äh, wenn ich am Boden bin! Max, genieß es! Geil, Alter! Genieß es, Max! Aber wie dunkel das einfach ist! Aber sonst geil, Alter! Sonst geil! Sonst ist geil! Gib mir noch mal! Gib mir noch mal! Ich kann nicht! Erst wenn wir auf dem Boden sind! Oh Gott! Oh Gott, das war knapp, Alter! Fast exploded, ey! Ja, nice! Also, hat Spaß gemacht! Also... Für ein zweites Mal würde ich jetzt nicht bezahlen, aber... Ich fand's ganz nice, Alter! Ich fand's ganz nice! So, treffen wir uns unten wieder! Ja, meine Karre wurde destroyed, Alter! Supergeil! Oh! Oh, Alter! Was machst du denn da, ey? Ich dachte, ich traue mal was! Digga, deine Karre ist richtig destroyed, ey! Gib mal richtig Gas jetzt! Ich geb' richtig Stoff, Alter! Ich geb' richtig Stoff! Ja, da sind mega viele Helis! Oh Gott! Ist da vorne? Ist da vorne noch ein Berg, oder? Kann ich da rüber? Na klar! Ja, volle Power, volle Power, volle Power! Oh, Alter! Oh! 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 Nice gelandet! Ja, fast! Fast, 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 fast! Ah, Digga! Oh! 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 Digga! Ja! Jetzt gehen wir von hinten, fahr mal voll rein hinten in die andere, oder von vorne, von vorne, frontal! In wen? Irgendeinem anderen Auto, was da jetzt kommt, Frontal-Crash, Alter, mit so, Megaboost. Jetzt, 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 jetzt! Oh, Alter, Vorsicht! Was ich auch sehr, sehr geil fand, ist, in den Kommentaren schrieb jemand, äh, Filmszenen nachzustellen. Dass wir das mal machen sollen. Und dann hat er, hat er als Beispiel Stirb Langsam 4 genannt, wo, äh, Bruce Willis dieses Auto in den Helikopter reinjagt. Vielleicht er in irgendeine Szene. Ach so, von der Tunnel aus, da oben, oder? Ja, ja, genau, genau, genau. So was könnte man rein theoretisch auch mal testen. Da kommt ja auch grad ein Heli. Bist du ausgestiegen? Ja, ich weiß auch nicht mal um. Hä, dann müssen wir das bei dem Forza-Kudo da machen, bei diesem Tunnel unter der Militärbasis. Ja, stimmt. Hä, vielleicht bist du unter uns? Abzuspringen. Äh, nee, ich bin jetzt wieder oben aufm Berg. Aufm Berg? Aufm Berg. Und guck mal, was meine Karre macht, ob sie noch funktioniert. Was ist das denn, die Landeband-Bergy da vorne? Oder was leuchtet da so heftig? Ne, ganz normal. Oh, oh. Oh, oh. Was ist denn das? Ha, das ist die Militärbasis. Nein, oder? Das ist einfach nur eine normale Brücke. Nein, das ist Quatsch, das ist die Militärbasis. Das ist Quatsch! Du redest Quatsch! Guck mal, der Stunt-Up-BG macht heute echt ne gute KD, da kann man nicht meckern. Ja. Ja, dann lass es doch mal machen, Taros. Fliegst du, Taros? Nee, nee, nee. Du lässt dich immer fliegen, ne? Ja, hier ist so ein Kurier. Dann frag doch mal ganz lieb, ob du mal fahren darfst und dann machen wir das mal mit dem, äh, stirb langsam vier. Dann brauchen wir aber ne Rampe für irgendwie sowas. Ja, dann können wir doch einfach hier irgendeine nehmen. Also... Dann können wir hier irgendeine Rampe nehmen, oder? Kein Problem, man. Oh, oh, oh. Wenn er sich jetzt einfach hier... Wie süß das fragt, darf ich mal fliegen? Mit dem Smiley noch. Ne, was, wo willst du denn hin? Fahr mal runter, fahr mal runter. Ja, aber wenn er hier dann einfach über uns havert... Nein, trust me da einfach mal. Hast du, kennst du die Sprung, Schanze? Taros kann doch havern da, wo man in die Militärbasis reinfährt. Und dann fährst du da voll rein. Wenn, dann... Wir müssen jetzt schon richtig nachstellen. Eigentlich da, wenn man aus dem Tunnel rausfährt... Ja. ...das wäre ein Stück langsam genau aus dem Tunnel raus, und dann dahinter irgendwie ne Rampe gucken, ob da irgendwas ist. Ja, aber ich glaube hier ist keine, oder? Ja, weiß nicht. Kann man nicht irgendwas hier hinstellen, als Rampe? Ja, geil wär jetzt halt dieses Auto da, ne? Von... Ja, dieses Ram Car. Aber du hast ja gesagt, dass es irgendwie nach so und so viel Kontakt kaputt geht. Ja, wollte ich eigentlich erst holen. Ihr seht, ich hab mal ein bisschen Geld spendiert. Äh... Ein bisschen Geld spendiert, oder? Und wollte eigentlich den Ramp Buggy holen, mit dem man halt... Das hat diese flache... Äh... Kante vorne. Aber nach 20 Kontakten, mit Autos, explodiert das Ding schon. Das ist ein bisschen lame, natürlich. Fliegst du jetzt, Taroos? Tö, ne Karre. Ich fliege gerade, genau. Bei mir ist dein Raketen, an dem man so zerbeult, Alter. Ich komm mir da nicht weg. Der ist wohl verglitscht. Hallo Leute! Puh, hast du das Motorrad gesehen? Nein! Ja, dann musst du dich jetzt, äh... so positionieren, dass ich quasi über die normale Rampe... Äh... Okay, wo ist die Rampe? Okay, ich fahre nebenher. Wunderbar. Okay. Soll ich jetzt einfach mal testen jetzt? Ja, ich muss mir das kurz ein bisschen anschauen. Okay, los, tu es. Glaubst du, das passt vom... vom Ding ins? Ja, das passt. Ja, Taroos muss, glaube ich, ein bisschen höher und nach hinten noch. Nee. Nein, niemals. Oder? Ja, doch. Du fährst ja... fährst ja gegen den Zaun. Komm, wir probieren es einfach so jetzt. Ja, okay. Tu es, tu es, tu es, tu es. Tu es, Baby! Tu es! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein! Alter! Jetzt habe ich ein Problem, jetzt komme ich hier glaube ich nicht mehr raus. Du, wir muss ganz nach vorne raus fahren. Aber da komme ich doch gar nicht durch, bevor der Panzer mich hier komplett... Doch vorne... Nee, ich glaube das geht. Nee, muss es doch noch irgendwo eine Rampe geben. Eine kleine Rampe, Leute! Bist du in Endlichkeiten noch viel weiter, Alter. Nimm mal die Rampe, das ist doch kein Problem, Alter. Nimm mal die Rampe. Ah! Pfff! Was war das denn? Ah! 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 Ich glaube ich habe es geschafft. Aber das war nice, Digga, wie du in ihm reingefetzt bist. Das hat mir gut gefallen. Das war eine schöne Idee. Wenn ihr noch mehr Filmszenen habt, die wir nachstellen sollen, dann gerne her damit. Guck, der Jungspieler ist auch wieder da. Alle mit vereint. Wo seid ihr denn alle? Wo seid ihr denn alle? Wer ist das da? Guck mal, Taros! Ich komme nicht raus vorne, du Lügner. Hä, warum nicht? Na klar, müsstest du eigentlich. Nein! Alter, wir sind in hier. Alter! Max, ich bin gefangen hier. Du Lügner. Du bist echt ein Lügner, Max. Du bist ein Lugner. Lugner. Was macht der denn hier? Was passiert denn hier? Ah, jetzt haben sie mir in Platten geschossen. Nein! Was soll denn das, Alter? Geht nicht. Ich kann da nicht rein. Ich bin tot. Ich bin tot. Mission is over, Alter. Mission is over. Ja, komm, Alter. Was passiert denn hier, Alter? Was passiert denn hier? Ich werde einfach überfahren von allen Leuten hier. Jetzt, komm, 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 komm. Oh, Alter. Was passiert da? What happening? Wo seid ihr? What happening? Wo bist du? Ich bin hier in dem Helikopter. Ach, ich komme zu dir. Warte. Ja, okay, komm mal her. Aber wie explodet denn hier alles? Hi, Max. War wohl so. Hey! Hey! Ja, warte. Ich muss ein Stück runter. Warte. Jetzt. Ich weiß nicht, wie viel Platz da drin ist für euch alle. Wir werden anvisiert. Oh, Gott. Oh, Alter. Oh, Gott. Oh, Gott. Warum macht er das denn? Alter. Wer weiß das schon, Max? Komm, fliege durch den Tunnel erstmal. Durch den Tunnel, damit wir nicht anvisiert werden. Ja, wir haben leichte Aussetzer an der Maschine. Fliege erstmal durch den Tunnel durch, Max. Genau. Erstmal beruhigen jetzt. Zu Anfang erstmal. Nicht so spektakulär jetzt. Welcher Film? Welchen Film spielen wir jetzt nach? Oh, Gott. Ice Age. Genau. Aber welchen Teil? Das Ding ist tot, Alter. Das Ding ist tot. Das Ding ist tot. Hier kann ich mehr fliegen. Wenn ihr es wisst, liebe Zuschauer, welchem Film wir gerade kurz davor waren nachzustellen, schreibt es in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall nice jetzt hier. Ja. Das Ding ist komplett out of order. Wir müssen die Beweise vernichten. Geh mal weg von dem Heli da. Ja, Moment. Ich muss kurz den Truck hier klauen. Oh, oh. Ja, okay. Warte, ich bin mit mir rein. Wie einfach aussteigt. Danke. Das ist lieb von dir. Okay. Warte doch, warte doch. Warte doch. Ich warte doch. Ja, los. Gib Stoff, gib Stoff. Okay. Hey, Taras. Leute, Leute, nehm ich mit. Aber wie? War mal da. Oh Gott, da schießt jemand, da schießt jemand. Hey, fahrt, fahrt, fahrt. Fert, wo bist du eigentlich? Geklappt das? Guck, guck, hier ist einfach nur Hengste. Oh, du bist gleich tot, Taras. Ja, ist er schon. Warte doch, wie du zerquetscht da unten, du rutscht mal weiter runter da, guck mal. Guck, guck mal. Soll ich mal letzter anrufen? Wir haben vier Sterne, Alter. Na, Quatsch, Alter. Jetzt geht der richtige Spaß erst. Nein, wir sind Trucker-Fahrer, Digga. Der Kopf ist nicht gut, Alter. Ich würde nach wie vor gerne mal... Alter, pass mal auf, ey. Euro Truck Simulator. Das Level ist weg jetzt, Alter. Ahhhh. Fabb hat auch den Euro Truck Simulator. Ich weiß, haben wir uns vorhin schon ausgiebig drüber unterhalten. Aber ich hole die Sterne einfach wieder. Und das lassen dir Fabb nicht denken, ach, warum? Burgi, warum, Alter? Alter. Alter. Soll nass, ey. Willst du ein bisschen Roadplay machen, oder was? Soll die immer noch, äh, bei? Nee, aber... Wir sind, äh, hinter der Militärbasis auf der Autobahn. Okay, ich komme. Wir warten auf dich. Okay. Alles klar. Wir warten. Komm, lande drauf. Auto, over. Machst du jetzt nicht wie unsere Leute sprengen, ne? Nein, würde ich nicht machen. Kennt ihr die beiden hier? Kiki und Rick? Oh Gott. Ich darf den jetzt nicht zünden, Burgi. Hast du den jetzt angemacht, ne? Nee, aus Versehen. Das ist hinten rangeflogen. Ja, klar. Ich wusste gar nicht hinter uns. Ich wusste gar nicht, was es geht, ey. Nee, aber hinter uns da rein, da wo Taros steht. Ne, stand. Worach sagen? Ich bin... Ich bin so down, Alter. Ich bin down des Todes. Kannst du das Ding abkoppeln, Burgi. Koppel das Ding mal ab. Ich weiß nicht wie. Oh, nice. Achtung. BAM, Alter. Digga. Amazing. Amazing, Alter. I actually really like that. Komm, lande, 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 ja, komm, 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 komm. Was soll das denn, Alter? Fein um, fein um. Ja, ja, ja. Du bist über die Spikes gefahren, du bist über die Spikes gefahren. Ja, ich scheiß auf die Spikes, Alter. Du bist so aggressiv, Alter. Ich weiß auch nicht, ich bin Gangster. Du siehst auch aus wie der letzte Pimp, Alter. Hiieieie ist das nicht Ammunition. Hier doch perfekt, lass mal hier raus, kurz. Was是'n hier los? Geht nicht, ich muss warten... Nein, scheiße! Nein. Ich hab Insta-Drei-Sterne. Ich raste aus. Das árvhör ganz besonders empfacht geklaut hat. Ja, das wäre alles wirklich so geil, wie diese Helikopter einfach manchmal so Leute klauen. Ich glaube, ich werde es mal kurz ein bisschen aufräumen hier. Musik Musik